hallo liebe studentin hallo lieber student in dieser übung oder auf dieser folie transformieren wir vom nomen zum adjektiv 1 die vielfalt der natur die natur ist vielfältig mal zwei die schönheit der natur die natur ist schön der reichtum der natur die natur ist reich die farbenpracht der natur die natur ist farben richtig